Ballon d'Or, Freunde! Ja, schönen guten Tag. Ich bin schon da. Ich würde den Pokal sonst einfach gleich gern mitnehmen. Lionel? Lionel Messi, richtig. Was gibt's? Was machst du hier? Na, wonach sieht's denn für dich aus? Ich hab mich angezogen, um mir meinen Preis abzuholen. Hast du denn das Memo nicht gekriegt? Memo? Findet Memo? Nee, das heißt Memo. Memo? Sicher? Nee, das, was du meinst, der heißt Nemo. Das ist halt... der war gut. Ja, klar, ich hab den Film 100 Mal gesehen, aber darum geht's jetzt nicht. Du gewinnst diesen blöden Titel nicht. Also, wie? Echt nicht? Nein, du bist noch nicht mal nominiert. Entschuldigung, bitte, was? Ja, im letzten Jahr, da waren 30 andere Spieler eben ein bisschen besser als du. Okay, sag mir jetzt aber bitte nicht, dass Cristiano Ronaldo auf dieser Liste steht. Sekunde, nein, tut er nicht. Ballodor? Ich warne dich. Ja, okay, ich geb's ja zu, tut er. Aber unter uns, der gewinnt doch sowieso auch keinen Blumentopf. Huuuuh. Was? Ist doch so, Cristiano. Titel geht dieses Jahr an Benzema. Das ist doch logisch. Hey man, jetzt hast du's voll gespoilert. Von wegen gespoilert bei aller Liebe. Wenn Benzema dieses Jahr den Titel nicht gewinnt, dann können wir aufhören.